Hallo und herzlich willkommen zu weiteren Folgen von Paw Patrol Mighty Pups. Auch heute wieder haben wir wen mit dabei? Amy. Genau, die Amy ist heute auch wieder mit dabei. Und wir haben beim letzten Mal Spiele freigespielt. Die können wir uns ja mal angucken. Guck mal, das Bell Bell Boogie haben wir ja schon gespielt gehabt. Jetzt gibt es auch noch Herr Pfeffer. Sollen wir uns das mal angucken, was wir da machen müssen? Okay. Dann schauen wir mal. Ja. Dann gucken wir jetzt mal, was wir da machen können. Aber wir dürfen uns wieder einen Hund aussuchen. Wen nehmen wir? Chase? Chase. Okay. Dann nehmen wir Chase. Oh nein. Drei, zwei, eins, los. Herr Pfeffers fest mal. Denk daran, so viele Früchte wie möglich zu erwischen. Je mehr du findest, desto mehr Bonuspunkte erhältst du. Okay. Dann sammeln wir doch mal. Wir sammeln keine Leckerlis, wir sammeln Früchte. Warum? Weil der Herr Pfeffer einen Unfall hatte anscheinend. Und dann sind die ganzen Früchte sind daraus gefallen. Und jetzt müssen wir die alle einsammeln. Oh, jetzt sind wir auf dem Dach vor dem Herr Pfeffer. Ziel erreicht. Oh, geschafft. Alle Früchte eingesammelt. Jetzt ist der Pfeffer wieder glücklich. Mini-Spiel abgeschlossen. Du bist ein Pfotenheld. Du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Yay. Supi. Und jetzt? Wir kommen alle. Jetzt? Super-Chase, ne? Oh, oh. Oh, guck mal, wir haben ja noch ein paar. Das kennen wir ja schon mit dem Schneefahren. Das wolltest du noch mal machen, richtig? Beim letzten Mal. Sollen wir noch mal Everest dabei zugucken? Alles okay, Meister? Das heißt, den Schnee von der Straße zu räumen, damit die anderen entferne so viel Schnee wie möglich. Ja. Entferne so viel Schnee wie möglich. Ja. Weiche den hin. Okay, dann. Drei, zwei, eins, los! Da ist Schnee. Da sind Steine. Da müssen wir aus dem Weg. So, das läuft doch schon mal gut. Ja, da lang, oder? Und zack. Danach spielen wir dann ein Level. Gucken, was wir als nächstes machen müssen. Wen wir als nächstes retten müssen. Oh, das ist ein Stein. Nein, da wollte ich nicht hin. Huiuiui, das war knapp. Huiuiui, das war knapp. Achtung! Achtung! Uh, Glück gehabt. Uh. Okay, dann leg deine Hände mit drauf. Oh, das war knapp. Da wären wir fast gegen den Baum. Gefahren! Uiuiui. Schnell rüber. Schnell rüber. Aber wir haben ein Leckerli. Haben wir nicht bekommen. Yay, 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 yay. Au! Mini-Spiel abgeschlossen. Guter Versuch. So, dann gehen wir jetzt mal gleich in die nächste. Jetzt wecker! Mini-Spiele! Und weiter, jetzt wecker! Liest du da rein, Mäuschen? Jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Oh, wir müssen schon wieder zu Jake. Ach, guck mal, da unten sieht man, welche Hunde genommen werden. Und jetzt müssen wir mit Everest und mit Chase spielen. Nee. Und mit Rubble. Nee, Rubble ist diesmal nicht mit dabei. Aber du kannst ja mal erzählen, was wir jetzt für ein Haustier haben. Eine Eidechse. Genau, super. Und schaffst du es auch zu sagen, wie die heißt? Möchtest du es nochmal versuchen? Hallo, Freunde. Soll ich es dir nochmal vorsagen? Bartolomeus. 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 Nicht so daran ziehen, Amy. Es fällt es uns irgendwann runter. Du musst das nicht festhalten. Jetzt können wir den Berg hinauffahren, um ihn zu retten. Geheimspiel und Chase kann helfen. Verwende die Seilrutsche von Chase, um den schneebedeckten Berg zu überqueren und Jake zu erreichen. Verwende Everest's Wurfhaken, um an den steilen Wänden des schneebedeckten Berges hochzuklettern. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das klingt doch jetzt mal spannend, was wir da machen müssen. Huiiii und huiiii. Oh, guck mal. Wir fliegen mit dem Jet. Ich will jetzt ganz allein. Du möchtest jetzt mal ganz alleine versuchen? Eieiei, da bin ich aber mal gespannt. Drei, zwei, eins, los! Ein neues Menispiel. Wir müssen nach links und nach rechts. Du darfst aber nicht die Ballons einsammeln. Bist du bereit? Du musst das hier mit lenken, ne? Mit dem hier. Ah, okay. Dann versuch mal. Und lenken. Nach da lenken. Oh. Wir haben fast den Ballons kaputt gemacht. Ja, aber das dürfen wir nicht. Nein, sonst geht es in der Ära, oder? Ich weiß nicht, was da passiert. Vielleicht verheddert sich die Skye auch und fällt runter. Nicht so feste, nicht immer die ganze Zeit so feste. Ganz locker, genau. Super. Das sammeln wir jetzt ein. Nein, Vorsicht. Amy, Amy, nicht so feste. Wir müssen nur was machen, wenn wir auf eine andere... Nur immer einmal. Immer nur einmal. Guck. So. 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 Das war ein langes Level. Aber sonst war in der, in der, in der, in der Reihe. Ich bin der Flughund. Ich bin der Flughund. Ich bin der Flughund. Ich bin der Flughafen, oder? Nee. Jetzt haben wir es getan. Mhm. Ein Satz erfolgreich abgeschlossen. So. Wegen des Schneesturms können wir nicht auf den Berg. Jetzt musst du übernehmen. Na, dann schauen wir doch mal. Dann mal los. Super. Versuche so viele Fellfreunde Leckerlis wie möglich zu bekommen. Ja, das kennen wir doch jetzt schon. Ich darf überspringen. Dann müssen wir das so machen. Ah, das ist sogar der richtige Weg. Wie langweilig. Jede Tüte enthält. Das musst du mir nicht jedes Level neu erklären. Das wissen wir doch jetzt schon. Das haben wir doch jetzt schon eine ganze Zeit gemacht, oder nicht? So, ich möchte da aber noch nicht hoch. Ich möchte erstmal gucken, was hier noch ist. Damit wir wirklich alles einsammeln können. Ich möchte das so machen. Das ist so. Ich möchte das so machen. Das ist doch eigentlich. Das ist doch eigentlich. Rubble's Job. Das Putteln. Oder nicht. Hui. Hier ist nichts mehr. Okay. Doch da. Da, 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 da. Ja, da ist noch was. Da gehen wir jetzt auch hin. So, dann können wir jetzt hier hin. Und müssen Y drücken. Wo ist das hoch? Und flop. Ja, das kriegen wir hin. Aber wie kommt denn Everest dann da hoch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht, da, da haben die nicht vorhin was gesagt und dass Everest einen Greifhaken hat? Everest ist hochgekommen. Ja, da ist Everest. Wieso kann ich denn nicht auf Everest? Ah, genau. So. Oh. Will ich da schon hoch? Nein, ich will noch nicht hoch. Oder wollte ich doch, ich wollte doch da hoch. Okay. Da gab es nämlich was zum Einsammeln. Oh. Lecker, lecker dies. Was frisst denn der Bartholomeus? Äh, alles. Oder? Für diesen anderen brauchen wir Tschüss. Alles. Ja, was haben wir denn heute gefüttert? Keine Ahnung. Krass, oder? Everest. Krass, der Pfarr. Genau, der ist nämlich Insekten. Davon auch eine ganze Menge. Menge, 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 Menge. Nein, ist muttergefallen. Gut gemacht. Du musst nur noch ein Abzeichen finden. Okay. Das schaffen wir, oder? Ja. Ah, okay. Hier können wir dann mit Chase runterrutschen. Ich krieg die Tüte nicht. Gib mir die Tüte. Ja, aber da oben ist noch was. Leg deine Hände ruhig auf meine. Dann merkst du ja, was wir machen. Da ist auch noch was versteckt. Und dann geht's runter. Und dann, zack. Ja. Bewege dich mit dem linken Stick in die richtige Position. Okay, das kriegen wir hin. Wee. Bravo. Nee, das bedeutet, dass da ein, äh, dass wir da super Hunde sein müssen. Aber uns fehlt noch was. Was denn? Uns fehlt... Ach, hier geht's noch runter. Guck mal. Nee. Uns fehlt noch ein Schild. Und uns fehlen auch noch Leckerlis. Ah, vielleicht geht's ja noch dem Level weiter. Was ist los? Oh nein. Eine Lawine. Nutze die Supergeschwindigkeit. Niooo. Super Chase Rennen. Entschuldigung. Bewege Chase. Schon wieder ein wenig spielen. Okay. Zack, 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 zack. Hallo. Hm, was war das denn? Fantastisch. Toll machst du das. Puh. Jetzt ist die Brücke kaputt. Aber guck mal, da sind die Brücke. Hm. Da haben wir jetzt noch ein paar Leckerlis. Lauf weiter. Jake zählt auf dich. So. Das ist eigentlich Rubble. Eigentlich ist Rubble fürs Graben zuständig. Da hast du recht. Kann man da jetzt auch noch irgendwie runter? So nicht. Da kann man wahrscheinlich dann später hin, ne? Nee. Nee. Sonst tut er mir weh. Ja, sonst tut er... Ja, wenn er da runterfällt auf jeden Fall. Was haben wir jetzt? Oh nein. Die Straße ist versperrt. Räume sie frei, um Jake zu retten. Nutze deine Superhundekräfte. Da kommt Marshal und Svetten. Sky. Die Superhunde legen los. Schnell, 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 alles einsammeln. Sonst fressen alle uns auf. Ja, aber wir sind ja Adler. Nachher klauen die uns die Leckerlis. Ja. Ja. Wir bösen Adler. Du hast fast alle Fellfreunde, Leckerlis. Ich frag mich ja, wer die hier alle verteilt hat. Wer hat die alle verteilt? Und es fehlt uns ja auch noch ein Zeichen. Oh, ist da jemand müde? Nee. Uah. Uah. Die müde, müde Amy. La, 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 la. So, dann machen wir jetzt mal frei. Ja. Da macht jetzt wahrscheinlich... Okay. Okay. Superwirbelwind. Bewege den linken Stick in einer kreisenden Bewegung. Okay. Okay. Komm mal her. Sehr gut. Toll! Jetzt kann Marshall mit seiner Superhitze den Weg freimachen. Oh, okay. Superhitze! Halte die Tast... und da schmilzt das Eis. Das heißt, die können jetzt da... Los geht's! Raun. Wir können da raus. Ja. Jetzt müssen wir noch einmal Seilbahn spielen. Ja, über den Roll. Oh, zack. Hui! Gut gemacht. So. Und versuchen jetzt noch den Rest einzusammeln. Aua. Da ist der letzte... Für diesen Einsatz brauchen wir Everest. Ja. Everest! Er will noch hier hoch, oder? Die Everest hat jetzt alles eingeseilt. Everest! Die Everest! Die mit der Beine! Au, 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 au! Die Kaka ist genau! Die Kaka ist die Kaka! Die Kaka ist die Kaka! Au, 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 au! Die Kaka ist die Kaka! Die Kaka ist die Kaka! Die Kaka ist die Kaka! Au, 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 au! Au, 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 au! Au, 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 au! Au, 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 au! Sehr schön! Wo ist Rubble? Wo ist Rubble? Da, 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 da. Auf jeden Fall das Zeichen gelb ist, meinst du? Ja. Ja, nicht ganz. Aua, aua, aua! Aua, aua, aua! Aua, aua, aua! Aua, aua! Aua, aua! Nein, das ist Rubble! Rubble, Rubble, Rubble! Wubblehot, Rubble.... Was heißt das? Wubble? Wubblehot kamen auf Wubble. Wubble, Wubble, Wubblehot, Hot, Wubblehot und Wubble. Rein sehen, oder? Hm. Ein Litter! Die fehlt uns! Oda, oda... Oda... Uns fehlt ein Leckerli. Eins. Ein Leckerli. Nur. Ach, warte. Warte, warte, warte. Hüpf, 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 hüpf. Warum muss man auf den Schnee hüpfen? Toll, du hast Jake gefunden. Klette Everest ist an der Reihe. Klettere mit ihrem Wurfhaken die Fä... Klettere die Wand hinauf. Drücke die... Ups. Und... Piu. Und... Nochmal. Die ist ja fast so gut wie Tracker. Ihr habt Jake gefunden. Jetzt ist es Zeit, Jake zu helfen. Benutze Skys Hubschrauber, um Marshall zu ihm zu bringen. Okay. Pfoten stark. Jetzt ist Marshall an der Reihe. Verwende seinen Röntgenbildschirm, um zu... Röntgenbildschirm. Da ist er vernetzt. Und da ist er vernetzt. So viel Aua. So viel Aua, fast so viel wie du. Ein Satz ist erfolgreich abgeschlossen. Jake ist gesund und munter. Ein Leckerliefer haben wir verpasst. Ja. Mensch. Mensch, 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 Mensch. Und noch ein paar von Sky. Mini-Spiele. Ja. Gut.